Ja, hallo ihr Lieben. Wie manche vielleicht von euch wissen, bin ich ja Mitglied bei den Microphone Nerds. Die Microphone Nerds Community ist eine internationale Community rund um die Fotografie mit MFT-Kameras. Und der Christian Göbel hat das Projekt, ja ein Projekt ins Leben gerufen. Und in diesem Projekt hat er das Meike 12mm 2.8 in Umlauf gebracht. In Umlauf gebracht bedeutet, hier steht es auch, ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr es lesen könnt, und zwar The Lens Project. Test 7 days and ship to the next. Das heißt, ich behalte jetzt dieses Objektiv 7 Tage, mache damit Bilder und schicke es dann zum Nächsten bei uns in der Gruppe oder zu der nächsten. Das Meike 12mm ist ein absolut manuelles Objektiv. Das bedeutet, die Blende und auch die Schärfe wird oldschool eingestellt. So richtig schön altmodisch fotografieren. Nichts mit Autofokus und nichts mit automatischer Belichtung in dem Sinne. Ja, ich mache euch jetzt ein bisschen heiß und neugierig auf das Projekt. Ich schreibe alle weiteren Informationen zu der Facebook-Gruppe etc. 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 unten in die Shownotes bzw. in die Videobeschreibung. Oh, ich bin schon im Podcast-Modus. Morgen ist Podcast-Tag. Und ja, am Freitag präsentiere ich euch dann ein Video mit den Bildern und werde euch sagen, wie ich mit der Art der Fotografie zurechtgekommen bin. In dem Sinne, mit Herz und Seele, Tom. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020